Hallo und herzlich willkommen bei Regio Stellplatz. Mein Name ist Bernhard Wusshand, ich bin Mitbegründer von Regio Stellplatz. In Deutschland gibt es derzeit 800.000 Reisemobile, aber nur 4.000 Stellplätze. Deswegen wird es für uns Reisemobilisten immer schwieriger, den geeigneten und freien Platz zu finden. Wir von Regio Stellplatz haben uns zur Aufgabe gemacht, Stellplätze zu bauen, aber bewusst nicht in die Hotspots, sondern in den ländlichen Raum, wo wir noch viele, viele Dinge entdecken können als Reisemobilisten. Sei es auf der einen Seite der versteckte See, die schöne Aussicht eines Panoramaweges, die schöne Manufaktur, die vielleicht noch keiner kennt. Dort gibt es die Dorfgaststätten mit Spezialitäten aus der Region. Reisemobilstellplätze von Regio Stellplatz sind ganz bewusst im ländlichen Raum und qualitativ ausgestattet. Wir haben immer dabei eine Fähr- und Entsorgungsstation und natürlich sind die Plätze an touristisch wertvollen Plätzen gebaut. Schaut mal rein. Wir sind zwar noch am Anfang, aber es werden täglich mehr Stellplätze, die bei regio-stellplatz.de gelistet sind. Wir freuen uns auf euch!